Das Comdirect Giro Konto aktiv gehört zu den beliebtesten Konten in Deutschland. Aber wie gut ist das Comdirect Konto wirklich? In diesem Video zeigen wir dir die Vorteile, aber auch die Nachteile. Wir sagen dir, wann sich das Konto für dich lohnt und welche Alternative eventuell besser für dich geeignet ist. Das Konto und alle anderen vorgestellten Produkte verlinken wir dir unter dem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns doch einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Die Vorteile vom Comdirect Giro Konto aktiv Vorteil Nummer 1. Kostenlose Kontoführung ist möglich. Das Konto ist in den ersten 6 Monaten nach Kontoeröffnung bedingungslos kostenlos und kann auch anschließend ohne Kontoführungsgebühr geführt werden. Dafür musst du nur eine der drei folgenden Bedingungen erfüllen. Du hast einen monatlichen Mindestgeldeingang von 700 Euro, auch in mehreren kleinen Eingängen, oder du verwendest mindestens dreimal im Monat Apple Pay oder Google Pay für Zahlungen im Supermarkt, in Geschäften oder an Tankstellen, die Nutzung ist kostenlos, oder du hast einen Trade- oder eine Wertpapiersparplan-Ausführung auf einem Comdirect-Depot pro Monat. Wenn du unter 28 Jahre alt und Student, Schüler, Auszubildender oder Praktikant bist, bleibt das Konto auch ohne Erfüllung einer dieser Bedingungen kostenlos. Erfüllst du keine dieser Bedingungen, werden 4,90 Euro monatliche Kontoführungsgebühr berechnet. Vorteil Nummer 2. Startguthaben Aktuell erhalten Neukonten eine Willkommensprämie in Höhe von 50 Euro. Alles, was du dafür tun musst, ist, während der Kontoeröffnung der Zusendung von Werbung durch die Commerzbank zuzustimmen und eine der drei Bedingungen für die kostenlose Kontoführung zu erfüllen. Ob es die Aktion noch gibt, wenn du das Video schaust, siehst unter dem Link unter dem Video. Vorteil Nummer 3. Kostenlose Visa-Debitkarte Zum Comdirect-Konto erhältst du eine Visa-Karte ohne Jahresgebühr. Dabei handelt es sich um eine Debitkarte und nicht um eine Kreditkarte. Jede Zahlung wird also umgehend vom Girokonto abgebucht. Vorteil Nummer 4. Geld abheben ist weltweit kostenlos. Mit der Visa-Karte sind Bargeldabhebungen weltweit kostenlos. Dies ist allerdings auf drei Abhebungen im Monat beschränkt. Es fallen keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren an. In manchen Ländern ist es sehr verbreitet, dass Automatenbetreiber eigene Gebühren berechnen. Diese Gebühren werden von deutschen Banken nicht erstattet. Verbreitet ist das beispielsweise in den USA. In solchen Ländern solltest du möglichst mit einer Reisekreditkarte bei der Kartenzahlungen weltweit kostenlos sind zahlen. Am Ende des Videos zeigen wir dir eine kostenlose, kontounabhängige Kreditkarte, mit der das möglich ist. Auf Wunsch ist für 1 Euro im Monat eine Girokarte zum Konto zubuchbar. Mit ihr kannst du überall in Deutschland unbegrenzt oft einen Automaten der Cash Group ohne Gebühren Geld abheben. Zu ihr gehören die Commerzbank, die Deutsche Bank, die Hypovereinsbank und die Postbank. Außerdem bietet dir die Girokarte die Möglichkeit, bei Scheldhangstellen und verschiedenen Einzelhandelsgeschäften, wie zum Beispiel bei DM, Rewe, Penny und Aldi Süd, kostenfrei Bargeld auszahlen zu lassen. Die Bargeldauszahlung in Einzelhandelsgeschäften ist auch ohne die Girokarte mit der Comdirect-App möglich. Beachte aber, dass Abhebungen mit der App, wie die mit der Visakarte behandelt werden. Es gilt hier also das Limit von drei kostenlosen pro Monat. Jede weitere Bargeldauszahlung mit der Visakarte am Automaten oder mit der App an einer Kasse kostet pauschal 4,90 Euro. Vorteil Nummer 5 Kostenlos bargeldlos bezahlen in der Eurozone In allen Ländern mit dem Euro als Landeswährung kannst du mit der Visakarte kostenlos bezahlen. Außerhalb des Euroraumes werden allerdings Fremdwährungsgebühren berechnet. Wie hoch sie sind und wie du sie ganz einfach vermeiden kannst, zeigen wir dir gleich. Vorteil Nummer 6 Bargeld einzahlen ist kostenlos Gebührenfrei Bargeld einzuzahlen ist bei Direktbanken häufig nicht möglich. Mit dem Comdirect-Konto stehen dafür dreimal jährlich die Einzahlungsautomaten und Schalter in Commerzbank-Filialen zur Verfügung. Jede weitere Einzahlung kostet pauschal 4,90 Euro. Vorteil Nummer 7 Online-Banking ohne Smartphone Das Online-Banking ist beim Comdirect-Konto auch ohne Smartphone möglich. Währst du Mobile 10 reicht zur Bestätigung von Transaktionen auch ein einfaches Mobiltelefon, das SMS empfangen kann. Vorteil Nummer 8 Echtzeitüberweisungen sind möglich Das Comdirect-Konto bietet die sogenannten Instant-Payments oder auch Echtzeitüberweisungen. Das Empfangen ist gebührenfrei. Senden kostet pauschal 1 Euro. Das Senden von Echtzeitüberweisungen ist mit dem Comdirect-Konto auch ohne Gebühr möglich. Wie das geht, zeigen wir dir gleich. Vorteil Nummer 9 Kontaktlos bezahlen mit dem Smartphone Zum mobilen Bezahlen mit dem Smartphone kannst du sowohl Apple Pay als auch Google Pay benutzen. Es spielt also keine Rolle, ob du ein iOS oder ein Android-Gerät nutzt. Die Nutzung von Apple Pay und Google Pay ist kostenlos für dich. Außerdem ist auch Garmin Pay für kostenlose mobile Zahlungen verfügbar. Die Nachteile des Comdirect-Giro-Kontos aktiv Das Comdirect-Konto bietet viele Vorteile, aber auch hier gibt es natürlich Nachteile und die zeigen wir dir jetzt. Nachteil Nummer 1 Die Kontoführung ist nicht bedingungslos kostenlos Die Kontoführung ist nur dann kostenfrei, wenn du eine der Bedingungen erfüllst. Der Mindestgeldeingang ist relativ niedrig angesetzt. Wenn du aber auch diesen nicht erfüllen kannst oder möchtest, reichen drei Zahlungen pro Monat mit Google Pay oder Apple Pay. Dabei gibt es keinen Mindestumsatz und es fallen keine Gebühren an. Außerdem befreit dich auch ein Trade bzw. eine Sparplan-Ausführung auf einem Comdirect-Depot von einer Kontoführungsgebühr. Nachteil Nummer 2 Nur drei Abhebungen pro Monat sind kostenlos Wenn du die Giro-Karte nicht bestellst, sind mit App und Visa-Karte nur drei Abhebungen pro Monat kostenlos. Nachteil Nummer 3 Die kostenlose Visa-Karte ist keine echte Kreditkarte Die Visa-Karte ist eine Debit-Karte. Du erhältst hier also keinen Kreditrahmen, sodass alle Zahlungen umgehend vom Konto abgebucht werden. Nachteil Nummer 4 Der Dispo-Zins ist nicht sehr günstig Beim Comdirect-Giro-Konto beträgt der effektive Jahreszins beim Dispo-Kredit aktuell 11% per annum. Im Vergleich mit vielen anderen Banken liegt das im mittleren Bereich. Nachteil Nummer 5 Giro-Kart gegen Gebühr Wie bei den meisten Direktbanken gibt es die Giro-Kart auch beim Comdirect-Konto nur gegen eine Gebühr. Hier beträgt sie, wie gesagt, 1 Euro monatlich. Wenn dir eine kostenlose Giro-Kart wichtig ist, dann schau dir unbedingt auch unsere Alternative an, die wir dir gleich noch vorstellen und unten verlinken. Nachteil Nummer 6 Fremdwährungsgebühr bei Kartenzahlungen Geld abheben ist mit der Comdirect-Visa-Karte weltweit kostenlos. Kartenzahlungen allerdings nur in Euro. Außerhalb der Eurozone fallen beim Bezahlen mit der Karte Fremdwährungsgebühren in Höhe von 1,75% an. Gleich zeigen wir dir eine kostenlose Reise-Kreditkarte zur Ergänzung, mit der du diese Gebühren ganz einfach vermeidest. Nachteil Nummer 7 Bargeld-Einzahlungen sind nur dreimal pro Jahr kostenlos Geld einzahlen ist mit dem Comdirect-Konto zwar kostenlos, allerdings ist das auf drei Einzahlungen pro Jahr beschränkt. Jede weitere kostet dann pauschal 4,90 Euro. Eine Ausnahme ist die Commerzbank-Filiale in Norderstedt, in der du beliebig oft kostenlos Geld auf dein Comdirect-Konto einzahlen kannst. Premium-Konten Neben dem Aktivkonto gibt es die beiden kostenpflichtigen Kontomodelle Extra sowie Plus. Was sie kosten und was sie zusätzlich können, zeigen wir dir jetzt. Das Girokonto Extra für 2,90 Euro monatlich Damit sind 5 statt 3 Bargeld-Abhebungen weltweit jeden Monat kostenlos. Du erhältst eine echte Kreditkarte ohne Jahresgebühr, mit der du weltweit ohne Fremdwährungsgebühr bezahlen kannst. Und Echtzeitüberweisungen sind kostenlos. Das Girokonto Plus für 9,90 Euro monatlich Hier stehen dir unbegrenzt oft statt 5 bzw. 3 kostenlose Bargeld-Abhebungen weltweit zur Verfügung. Du erhältst eine echte Kreditkarte ohne Jahresgebühr, mit der du weltweit ohne Fremdwährungsgebühr bezahlen kannst. Du kannst beliebig oft kostenlos Bargeld einzahlen und Echtzeitüberweisungen sind kostenlos. Du bekommst das Reise-Sorglos-Paket. In diesem Paket sind folgende Reiseversicherungen enthalten. Auslandsreiserücktrittsversicherung Absicherung für die ganze Familie bis maximal 10.500 Euro Auslandsreisekrankenversicherung Absicherung für die ganze Familie auf Reisen Auslandsreisegepäckversicherung Entschädigung für mitgeführtes Reisegepäck bis maximal 1.500 Euro Mietwagenschutz Absicherung deiner Selbstbeteiligung von maximal 1.000 Euro Und Notfallservice rund um die Uhr Telefonische Unterstützung im Krankheitsfall Notfallbargeld und Notfallersatz für Reisedokumente Lohnt sich das Comdirect-Girokonto? Unsere Bewertung Das Comdirect-Konto bietet sehr interessante Konditionen. Du erhältst hier ein deutsches Konto, das du auf verschiedene Arten von der Kontoführungsgebühr befreien kannst. Besonders einfach ist das mit dem Mindestgeldeingang von 700 Euro monatlich oder der dreimaligen kostenlosen Nutzung von Apple Pay oder Google Pay im Monat. Mit der kostlos enthaltenen Visa-Karte kannst du dreimal im Monat weltweit gebührenfrei Geld abheben. Die kostenpflichtigen Kontomodelle brauchst du nicht unbedingt. Statt der echten Comdirect-Visa-Kreditkarte empfehlen wir dir die kostenlose Visa-Karte von Ava 7. Sie kommt ohne Jahresgebühr und du kannst sie über jedes beliebige Konto abrechnen, also auch über das Comdirect-Konto. Sie bietet dir Weltweit kostenlose Geldabhebungen, wie lebe ich oft, statt dreimal monatlich und kostenlose Kartenzahlungen weltweit. Die Karte verlinken wir dir ebenfalls unter dem Video. Alternative Eine interessante Alternative zum Comdirect-Konto ist das C24 Smart-Konto, das wir dir ebenfalls unter dem Video verlinken. Im Gegensatz zum Comdirect-Giro-Konto ist es bedingungslos kostenlos. Beim C24-Konto sind eine Giro-Karte und eine Mastercard-Debit-Karte kostenlos enthalten. Die Mastercard kannst du weltweit kostenlos einsetzen, zum Geld abheben und für Kartenzahlungen. Es werden keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren berechnet. Eine Besonderheit, die aktuell kein anderes kostenloses Giro-Konto in Deutschland bietet, ist die attraktive Guthabenverzinsung. Hast du noch Fragen zum Comdirect-Konto, dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns ja eben einen Daumen hoch von dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.